Na, wer hätte das gedacht? Prinzessin Charlotte, die bezaubernde Tochter von Prinzessin Kate und Prinz William, wird heute neun Jahre alt. Und wie feiert man einen königlichen Geburtstag? Natürlich mit einem brandneuen Porträt des Geburtstagskindes. Traditionell teilen Kate und William einen süßen Schnappschuss ihrer Tochter auf Instagram und bedanken sich für die lieben Glückwünsche. Dieses Jahr zeigt das Bild Charlotte mit einem strahlenden Lächeln, von ihrer Mama persönlich fotografiert, an einem grünen Zaun lehnend. Kaum war das Bild online, überschwemmten die Glückwünsche die Kommentarspalte. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Prinzessin Charlotte. Ein wunderschönes Foto, aufgenommen von deiner sehr talentierten Mutter. Habt einen wunderbaren Tag, schwärmt ein Royalfan. Ein anderer kann kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Ich wünsche Prinzessin Charlotte alles Gute zum neunten Geburtstag. Sie ist so erwachsen geworden. Was für eine atemberaubende junge Dame. Erst vor kurzem wurde Prinz Louis, der kleine Bruder von Charlotte, sechs Jahre alt und wurde ebenfalls von Familie, Freunden und Fans gebührend gefeiert. Nach einer kleinen Verzögerung dürften sich auch die Bewunderer der britischen Königsfamilie über ein süßes Geburtstagsfoto von dem jungen Prinzen freuen. Die königliche Familie hat also allen Grund zum Feiern.